so freunde willkommen zum letzten tag des blutigen kampfturniers keine heilung keine wiederauferstehung fünf sterne grünes gesperrt und das ist seit bestimmt schon seit über einem jahr oder sowas das schlechteste turnier was wir haben ja das sind sieben niederlagen sind ich drei es sind sieben und die defensive macht auch nicht wirklich mit also dass das ist komplett komplett verkorkst alles alles durch die bank weg und vor allem das sind dann halt auch so phasen hier wo dann gar nichts geht guck mal in fünf matches habe ich vier verloren über über zwei tage verteilt aber trotzdem das ist halt ist halt wahnsinn und das ist halt immer irgendwie komisch weil es ist nicht so dass ich langsame helden nehme aber es kommt halt absolut gar nichts und dann ist natürlich auch schwierig deswegen das ist mir eigentlich prinzipiell scheißegal wenn ich jetzt in der ersten kampf raus fliege dann ist es so dann machen wir nicht weiter wenn ich im zweiten raus liege machen auch nicht weiter also ein zweites mal einkaufen mache ich nicht das ist das ist schwachsinnig ja deswegen hoffen wir jetzt einfach mal dass es vielleicht funktionieren könnte ja und dann regeln wir das ne also die frage ist jetzt ich nehme dich jetzt mal raus jetzt nehme ich mal jemanden mit der mir noch ein bisschen auch ein bisschen support gibt und das ist jetzt freier für minions versucht sich ja in jedem strohhalm zu klammern was war bei ihm noch mal wir kommen benachbarte helden sind drei runden im moon gegen boni entfernung ja super benachbarte helden das natürlich blöd dass er das neben so weggestellt hat und nicht neben vorsis ne dann hätten wir vorsis den sport nicht wegnehmen können ja ok ja was soll ich sagen was soll ich sagen wir gucken einfach mal lass uns überraschen was da so barum kommt ok wir haben viel geld das ist schon mal gut die sache ist nur dass das halt auch wieder wenn ich das so spiele hier ne dann habe ich hier kein gelbes match mehr wenn ich diese gelben so spiele wie er sagt dann habe ich auch kein gelbes match mehr weil der gelbe ist dann hier also ich habe zwar gelb aber im endeffekt nur ein gelbes match das ist natürlich auch wieder geil wenn ich den spiele lilane bleibt da ja 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 das wäre noch die einzige möglichkeit wie man es machen könnte so würde tatsächlich gerne freya anhaben aber der dodge hilft uns jetzt nicht mehr aber wir haben immerhin haben wir jetzt äh minions so hat auch nicht seinen quatsch gesetzt das ist auch gut so das war wichtig machen wir auch den an so jetzt haben wir auch das hippo gut äh hippo an weiß nicht warum ich das hippo dahin platziert habe ne deshalb hat mich halt auch wieder der teufel geritten glaube ich mal gehen auf rukunnen gut wenn wir forses können wir killen das ist auch gut okay deti sherry hat am meisten leben da gehen wir mit nemesis drauf okay naja immerhin hat das funktioniert schau mal so weiter geht's direkt top 5% geil jana ludwig was ist das an yun okay äh haben wir zweite topas wieder mit oder cool er wo das ne ne wir spielen mit topas wir haben hier minions äh wir haben boni entfernung von fortuna wir haben stark gelb gegen zwei lila ne ist auch irgendwo wurscht boah der entscheidet sowieso ob wir es jetzt hier packen oder nicht das startbord ist naja wir haben eine möglichkeit wir können hier gucken dass wir die grünen spielen dass vielleicht hier gelb kommt dann hätten wir da zwei gelbe matches okay das ist so an sich schon mal nicht schlecht wir haben jetzt sogar auch blau man muss hier auf den hasen da auch ein bisschen aufpassen der ist der ist one shot gefahren die roten mache kriege ich ein blaues match unter ihm vielleicht kommt hier noch blau nach warte wir gucken mal okay machen wir das so dann haben wir vier blaue spielen wir wieder hier alles alles am rand oder was er löst ja sowieso aus dann können wir auch den diamanten machen wir öffnen die büchse der pandora okay geh mal aufs hippo oder auf nemesis ne ich ne auf fortuna mein gott man 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 hauptsache du kannst da wieder irgendeinen raus snipen ne keine missgrücke nochmal weg ja die hängen alle auf drei was ist ein quatsch aber es hätte ja auch unabhängig dass wir jetzt gewonnen haben warum muss das jetzt auf fortuna sein das hätte auch auf einen gehen können der noch volles leben hatte geht aber nicht grim reaper wo kam denn eigentlich gerade unser freund her festteam aus ungarn okay ita ita level ich im moment auch schaulicher einbruch hier da siehst du weil ich bei ihm ja nicht weiterkomme deswegen machen wir jetzt ita weil bei gelb habe ich verfolge ich was da will ich ita machen da will ich mika machen sagen wir mal gucken was da so alles geht so odette ja braucht keine topas eigentlich hier können wir mit multihitern drauf gehen rein theoretisch nehmen wir das hippo denn mit eigentlich schon ne aber das hippo würde ich jetzt gerne mal eben das platzieren warte mal sein das jetzt so fortuna packen wir da hin so und was nehmen wir denn jetzt mit ähm ich müsste ein aramis mitnehmen weil da ist ein das ist ein d'artagnan wegen dem äh brand weil sonst der der breitet sich ja auch aus ne ja wirkt sich ja auch benachbart aus ja da müssen wir aramis mitnehmen unabhängig davon dass er halt nicht heilt aber das ist jetzt nicht so schlimm da nehmen wir zwei lila nur noch mit aramis und funschu ja das wird's ich sag's dir 2-1-1 einfach nur schnelle specials dann gib ihm so wenn wir die roten spielen haben wir hier 4 lila ne wir haben hier auch 4 lila ne wir spielen erstmal die 4 lila ne dann machen wir da so und dann spielen wir da nochmal 4 lila ne so ähm wir spielen erstmal noch die blauen ok perfekt d'artagnan ist noch nicht an das ist auch sehr gut weil wir knallen jetzt aluka draus spielen das so ja mal glück gehabt das sei jetzt äh na weiß schon so wir machen aramis an dann sind wir erstmal immun gegen d'artagnans äh feuer gleichzeitig warte sie kann ausweichen dann hauen wir ihn raus dann ist egal ob er jetzt feuer macht oder nicht er ist weg das ist auch wichtig so sie löst sowieso aus also spielen wir da rein und haben nemesis ok ähm die haben jetzt sie können ausweichen sie kann ausweichen wir gucken einfach mal alles klar so ich hau mal aramis raus oh das war nicht so cool das habe ich aber auch irgendwie jetzt nicht kommen sehen dass da mit der deckung war aber gut dann ist das so mhm wenn wir hier rot das kann hier lila kommen und da gelb ja genau so genau so konnte es kommen und ist es auch ok oberkahn und hurricane und serendite sobek er kann ja nicht reviven so das heißt wir gehen da mit mit voll vollgas gelb rein da nehme ich auch coolabo mit tatsächlich wir gehen wir machen es ein bisschen einen tacken langsamer so eigentlich muss ich aramis mitnehmen weil da so viele effekte sind ich brauche immunität da sif ginge auch warte mal lass mich mal ganz überlegen also die hitten alle sobek ist der einzige der den gegenschlag von sif umgehen würde ich glaube ich verzichte hier auf das hippo und auf fortuna fortuna nehmen wir mit nehmen wir das hippo raus und spielen hier jetzt mit sif sif habe ich übrigens gelimit breakt da hatte ich gestern lust zu weil ich sie ja immer mitnehme haben wir sie gelimit breakt und dann auch auf 20 talent schon glaube ich vorher auf 18 oder sowas das sind jetzt ihre werte mit dem kostüm bonus das ist ja eigentlich alles ganz schick deswegen die werde ich weiterhin häufig spielen deswegen hat sie den limit break in gelb gekriegt ich habe halt überlegt wen machst du in gelb hast du irgendjemanden weil ich habe viele äh viele äther in gelb gehabt und dann dachte ich mir ja komm gib mal sif ein bisschen aufmerksamkeit den nimmst du ja immer mit hat sie verdient so das sind jetzt alles hier no brainer moves eigentlich erstmal ja schade dass das knapp mit oberkahn nicht gereicht hat dann gehen wir hier hinten hin weil hurricane hurricane habe ich halt echt bedenken vorne ähm ich kann jetzt hier blau in rot machen dann ist der gelbe hier oben schießt er sich hin wäre vom prinzip her nicht unbedingt schlecht deswegen machen wir das jetzt auch mal ja diese ganzen ja das war das war natürlich jetzt gar nicht so geil ich würde lieber gerne die gelben hurricane spielen aber da er jetzt gleich auslöst machen wir ihn da lieber mal raus auf finley raus und kill hurricane mit den gelben so ja kommen wir natürlich ein bisschen spät aber wir sind jetzt geschützt gewesen das war das wichtigste aramis hat also seinen sinn erfüllt und kulau ist jetzt am start und jetzt können wir im endeffekt da vollgas rein spielen hoffen dass wir sie einfach mit mit steinen killen und wenn nicht kriegen sie die mindless attack win win okidoki ja war eine gute wahl kamansche junge kamansche hat verloren so letzter ja schön mit bennu mit mit schwefel der jetzt gebufft ist weil er so schlecht war und wieder hurricane ich hasse hurricane der ist noch schlimmer als aramis weil aramis feuert einmal und dann hast du massiven damage yo bei hurricane ist das so der feuert und danach geht es erstmal richtig noch los mit dem ganzen brand das heißt wenn hurricane einmal gefeuert hat sind drei tot danach wenn du nicht heilen kannst oder klingen kannst wenn aramis einmal feuert sind die drei noch nicht tot deswegen ist hurricane ziemlich scheiße aber wir haben ogima wir haben adalinda wir haben schwefel und hurricane da ist sif eigentlich auch wieder geil wir spielen mit dem team ok ok hier ein gelbes match das würde ich tatsächlich machen dann würde ich wahrscheinlich hier die roten durchschieben dann haben wir hier noch ein lila match oder wir spielen die roten und gucken ob hier unten gelb kommt und dann könnte theoretisch auch noch hier lila kommen wäre auch noch eine möglichkeit wenn ich das mache dann mache ich mir so dass das lila match hier kaputt ne ich werde die werde die so spielen das können wir hier erstmal noch lassen da machen wir uns ja nichts kaputt jetzt müssten wir das machen weil wenn wir jetzt lila spielen rutscht der hoch dann können wir nur so spielen und haben den hier verloren sozusagen ok ach Junge 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 muss 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 sowas wieder sein ich frage mal ganz ehrlich das ist auch wieder so ein ding das das musste nicht unbedingt sein dass da jetzt komplett alles grün nachkommt oder hurricane kann auch ausweichen das ist auch immer noch so ein problem weshalb ich da eigentlich jetzt ungerne spiele ich glaube wir arbeiten wirklich erstmal hier in der Mitte grün will ich eigentlich nicht machen ich muss das machen ach man ey so wir killen jetzt Bennu ok wir haben Sif am Start das ist wichtig zack ok ogima kann von mir aus auslösen da habe ich kein Problem mit wen will ich das denn nicht auslösen eigentlich will ich nicht das hurricane auslösen auf keinen fall weil dann kommt der brand und was auch immer ja ich wollte gerade sagen das wäre natürlich perfekt wenn er hier auf beide geht das ist sehr schön jetzt können wir sogar hier den Diamanten spielen um hier mal so ein bisschen platz zu kriegen ja super wir gehen hierhin mit Aramis und jetzt Adalinda raus weil die macht einen Feind den will ich auch nicht haben das reicht noch nicht ok mh dann ist das halt so so Ogima killt sich selber boom ist klar tja warum kann das nicht konnte das an manchen Tagen nicht auch so laufen hm was war das Problem wieder die waren jetzt nicht deutlich schwächer als die die wir hatten was das hier ist ein solides D ne ok gut dann würde ich sagen das war es und hier haben wir geschafft was haben wir hier geschafft haben wir geschafft das haben wir geschafft da müssen wir noch ein bisschen machen gut PvP ist ja haben wir jetzt noch nicht voll ist aber auch nicht schlimm also ja das habe ich jetzt raus gefunden ja guck mal hier das sind jetzt die drei Avatare die ich jetzt schon gefarmt habe bei Unterwildnis aber ach bei Unterwildnis bei unerzählte Geschichten aber ganz hier unten sind auch noch sind neue dazugekommen seit dem Update wusste ich nicht ja habe ich jetzt auch nur durch Zufall erfahren weil ich habe mich gewundert was das hier für ein Avatar ist wo der herkommt und dann hatte jemand den bei uns in der Allianz da habe ich mal nachgefahren da haben sie gesagt ja ist einfach ganz unten drin also für die Leute die noch nicht gesehen haben hier unten die Avatare und kleiner Tipp den habe ich oder warte mal das können wir mal eben kleiner Avatar Guide ich habe die Clown Fische das sind der erste Mini wie auch immer habe ich hier gemacht einfach in eins aber man kann auch es gibt hier auch ein Level ich weiß es jetzt nicht auswendig da ist aber der Nemo Fisch mit der der Krabbe irgendwo meine ich warte mal also ich habe den Fisch habe ich hier habe ich auf eins gemacht aber ich meine beim durchsehen habe ich auch noch irgendwo gesehen dass da dass es ein Level gibt wo der Nemo Fisch mit der Krabbe ist aber es gibt auch ein Level wo es am Ende zwei Krabben gibt das ist glaube ich warte mal lass mich jetzt nicht lügen hier habe ich den gefarmt auf 2 14 bei 3 15 bei 3 15 einmal mal gucken dann gibt es glaube ich zwei von denen am Ende so und da würde sich jetzt anbieten dass man den Nemo Fisch irgendwo macht und man kann diese Krabbe und den Krabbenkönig zusammen machen weil die Krabbe habe ich jetzt als nächstes hier könnte man hier zusammen machen rein theoretisch ja den großen Manta Rochen hier Jäger den habe ich dann ich versuche das ja immer so weit oben wie möglich zu machen weil wenig Energie oder weniger ich habe den hier gemacht bei 2 14 den Krabbenkönig wie gesagt bei 3 15 den Nemo Fisch hier bei 1 ich meine irgendwo hier in Kapitel 3 Ende oder 4 da ist der Nemo Fisch mit der mit der Krabbe zusammen aber da muss man auch erstmal von ausgehen dass die Leute so weit gespielt haben deswegen würde ich den Nemo Fisch da taucht er jetzt wieder auf würde ich dann in 1 machen irgendwo da so viele verschiedene Dinger sie tauchen immer mal wieder auf aber ich glaube da tut man sich keinen Gefallen weil das halt hier auch mehr Energie kostet hier sind wir jetzt schon bei 4 bei 9 Energie also in Kapitel 4 und wenn wir hier unten oder hier oben anfangen sind wir halt bei 6 das läppert sich über die Zeit deswegen würde ich das da machen was habe ich jetzt im Moment für Avatare die ich machen muss ich habe den und den Krebs und da habe ich schon ein Level gefunden wo tatsächlich beide gehen aber ich glaube ich habe es jetzt vergessen aber es war irgendwo äh wo war das denn bin ich mir noch nicht mal sicher das will ich jetzt nochmal eben finden hier ist wieder die Krabbe ich glaube es waren 8 Energie das muss hier irgendwo gewesen sein da konnte man den Fisch machen und die aber Krabbe ist hier genau der Speer Fisch hier genau genau 12 war das also in Kapitel 3 Etappe 12 kann man die Krabbe zusammen machen oder den Krebs von mir aus und den Speer Fisch das ist das was ich jetzt gerade mache also man muss da so ein bisschen gucken aber ich bin auch ganz ehrlich ich habe es auch nur gefunden weil ich die ganzen Level durchgeklickt habe so und jetzt ist natürlich die Sache was ist wenn man noch gar nicht so weit ist dann kannst du die nicht zusammen machen die beiden also den Krebs und den Speer Fisch die sind nur hier zusammen bisher ich bin jedes Level durchgegangen ich habe es vorher nicht gefunden und ja so ist es halt im Moment das wird jetzt also das Level sein was wir farmen für die Avatare durch mit normal bei schwer bin ich am Anfang von Kapitel 4 weil jetzt halt die Avatare erst seit kurzem dazugekommen sind jetzt will ich halt erst die Avatare haben wenn ich dann irgendwann merke yo ich bin so weit mit den Avataren so weit komme ich gar nicht hier die gibt es noch gar nicht dann weiß ich dass ich weiterspielen muss also da am besten je nachdem was man für Avatar zuerst macht geht leider nicht anders so und ich habe auch schon gesehen ich könnte mir jetzt hier meine Fernrohre holen siehst du ich habe schon mal geguckt aber ich werde keine 30 Euro ausgeben nur um meine Quintin weiter zu leveln das mache ich nicht das ist mit zu viel Geld muss halt gucken ob irgendwo was anderes kommt und ich habe mir tatsächlich überlegt ja das ist es ist noch nicht fix aber womöglich womöglich kaufe ich mir doch nicht den Booster den finde ich nicht so geil also der ist okay aber es ist jetzt nicht so dass ich sagen muss deswegen muss ich mir das kaufen Giftpfeile habe ich genug das also ich sage mal so das sind für mich eine Pakt eine super elementar und eine unerzählte Geschichtenbeschwörung ja die Heldenmünze ist okay ist für für Halloween dann aber ist jetzt auch nicht so dramatisch wichtig das kann sein dass ich mir sogar hier die 13 Euro für den Booster dieses mal spare ja kann sein ja okay gut dann würde ich sagen okay was haben wir da okay ja okay alles klar dann würde ich sagen wir sehen uns im nächsten Video vielen Dank fürs Zuschauen macht's gut ciao ciao